So meine lieben Filmfreunde, heute geht es darum, ein paar Filme unter die Leute zu bringen, von der Community, für die Community, zum einen Hits für Kids, zum anderen Filme für Erwachsene und zum dritten die komplette Harry Potter Reihe, inklusive die beiden fantastische Tierwesen Filme und ein paar kleine Lego Figürchen. Also legen wir los, wir sind hier bei Hits für Kids, sehen, dass das Video zuletzt richtig nach oben geschossen ist, über 2000 Aufrufe, er hat über oder genau 100 Likes haben wir hier, Wahnsinn, dass man auch so dahinter ist, eben für die Kleinsten hier etwas abzustauben, zu gewinnen, ihnen eine Freude zu machen zu Ostern für die eigenen Kinder, für Nichten oder Neffen oder einfach Kinder von Familienangehörigen und auch Freunden, das ist eine tolle Geschichte und dann nehme ich mir jetzt hier diesen Code und dann gehe ich hier rüber, setze den hier ein Und dann gehen wir hier zu den Kommentaren, Überprüfung ausstehend, müsste nichts mehr sein, veröffentlicht haben wir auch alles, da können wir mal hier draufklicken, na, geh weg jetzt Schöne Disney Filme, Hits für Kids, mein kleiner Bruder würde sich auf jeden Fall freuen, echt klasse, das ist doch toll, also das passt, dann gehen wir hin, dann müssen wir unseren Hashtag hier rein machen Hashtag, Hits für Kids Ah, das war falsch Hashtag, so, jetzt geht YouTube Comments 55, also, doch eine riesen Menge Und dann, die Spannung steigt, die Spannung steigt, and the winner is Captain Galaxy Haha, ich lache mich kaputt, das ist ja mal lustig Servus Manuel, sehr coole Aktionen, herzlichen Dank an alle, die das ermöglicht haben Ich drücke allen Teilnehmern die Daumen und wünsche euch einen schönen Tag, ihr habt ja auch zwei Kids, also Herzlichen Glückwunsch, melde dich bei mir mit Adresse und dann lasse ich dir das selbstverständlich zukommen Dann geht's jetzt Für die Erwachsenen, also wir haben was für die Jüngsten, dann haben wir natürlich auch was für die Erwachsenen Und hier sind wir bei 100 Likes und 1000 Aufrufe, Hashtag war FSK18, okay Jetzt gehen wir hier auch noch rein, Überprüfung ausstehen, oh, da ist noch einiges offen So, veröffentlicht, dann haben wir das hier alles Ja, also das passt FSK18 haben wir hier, als Hashtag, dann holen wir uns So, jo, jetzt müssen wir neu machen So, rein Den mache ich immer falsch, dann machen wir es gleich so FSK18 Get YouTube Comments 93, okay Okay, also da geht definitiv was Und dann machen wir auch hier Einmal aufdrücken And the winner is Elso M FSK18, tolle Aktion und viel Glück an alle Ja, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen, bitte melde dich bei mir per E-Mail mit deinen Daten Und ja, muss halt checken, dass du 18 bist und dann kann ich dir deinen Gewinn hier diese Filme mit den tollen Editionen auch zeitnah zukommen lassen Und zu guter Letzt haben wir dann noch fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind und auch die Kritik mit dazu Dann gehen wir hier hin, dann gehen wir hier hin, schauen ob noch was aussteht Da steht nichts aus, veröffentlicht, haben wir noch das bearbeitet, hier hat er den richtigen Hashtag gemacht, den können wir eigentlich gleich hier uns nehmen Dann gehen wir hier hin, dann gehen wir hier hin und machen den Hashtag schon rein Dann brauchen wir hier noch den Filmlink, wollte ich schon sagen, den Videolink So, get YouTube Comments 34, also gut Und dann Uuuuuh Edwinner, Sonny Crockett Bist du rarisch, ja servus Habe die alle noch nicht gesehen Ja, dann wird es aber Zeit, mein Freund Free Joddy 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 Hat den richtigen Hashtag auf fantastische Tierwesen rausgesucht Ja, herzlichen Glückwunsch, melde dich bitte auch bei mir Du Weißt ja, wie es geht per E-Mail und dann passt die Sache Also an alle anderen, nicht traurig sein Die nächsten Aktionen, es sind noch einige Stapel da Und wieder welche dazugekommen Die wird es hier geben Und dann machen wir munter weiter In diesem Sinne, danke für's Zugucken Auf bald, meine Freunde Und Servus